So, wir haben unterdessen Platz genommen auf dem Pilotensitz hier in der 890 Jump und habe das Gesichtstracking auch aktiviert, damit wir auch uns mal umsehen können und dabei sozusagen immer die Hände frei haben. Wir wollen mal ein paar Meter fliegen. Ich gehe noch mal in die Außenperspektive. Auch hier sehen wir wirklich noch mal, was das für ein riesen Koloss ist, die 890. Das ist schon wirklich ein tolles Schiff. Da wird der Außenposten richtig klein. Man könnte fast meinen, den ganzen Außenposten kann man hier locker reinpacken. So, ich hoffe, dass es geht mit dem Fliegen. Nicht, weil das grundsätzlich ein Problem ist, sondern weil neben mir immer noch eine Katze setzt. Die Triebwerke fangen an zu feuern. So, und dann wollen wir mal vorsichtig... Wir haben ja immer noch ein Schiff bei uns drin. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, ob wir das mitnehmen. So, es geht aufwärts. Mal kurz einen Blick nach draußen. um auch noch mal die... Jetzt muss ich mich zu viel aufpassen, dass ich es nicht versaue hier mit dem... Ups... Ja, Habermode. Ich wollte eigentlich mal kurz das Einklappen des Fahrwerks zeigen. Ich stehe hier rein und sehe mal zu, dass wir Land gewinnen. Dann vergisst man so ein bisschen, dass man hier kein flottes Schiff hier manövriert und wir sind immer noch im Hammer-Mode. Deswegen eiern wir hier so ein bisschen rum, aber das gibt eigentlich eine wunderbare Gelegenheit durch dieses völlig geplante Manöver den Posten ein bisschen besser zu zeigen. So, auf jeden Fall sind wir hier unten immer noch die Freelancer-Dur, die hier dauerhaft geparkt ist und der Posten zu unserer Linken. Aber jetzt wollen wir wirklich mal Gas geben, bevor wir hier gleich noch einen üblen Crash hinlegen. Und zunächst einmal den Speed ein bisschen erhöhen, damit wir diesen Hover-Modus endlich mal deaktiviert bekommen. So, das ist jetzt passiert. Wir sind im normalen Flugmodus. So schnell müssen wir jetzt auch nicht fliegen. Einigermaßen nette Geschwindigkeit. So, und das ist jetzt so das, was ich eben mal so beim Rundgang sagte. Das kann man sich doch wirklich toll vorstellen. Jetzt in der Lounge zu sitzen, an den Panorama-Fenstern ein Säktchen schlürfen und dann dabei die zerklüftete Landschaft, in diesem Fall von Waller, sich ansehen. Das ist doch toll, oder? Ich mache auch den Triebwerks-Sound von der Origin sehr... Es wirkt alles sehr groß, sehr mächtig. Und abgesehen davon, dass das Schiff natürlich sehr träge reagiert, sieht man ja auch hier schon bei unserem Kurvenflug, ist das Schiff eigentlich relativ gut zu steuern. Also die erste Landung, die ich eben fabriziert habe, ist recht ordentlich verlaufen. Gut, wir beschleunigen derweil und werden jetzt mal in den Orbit gehen. Ah, herrlich. Wenn man nicht ganz so eine Schräglage, dann sehen wir noch ein bisschen mehr. An sich hier natürlich, das Schiff driftet ja immens, enorm, weil es eben halt sehr träge ist, sehr groß ist, sehr viel Masse hat. Aber wie gesagt, unterm Strich ist es relativ gut. Gut, unter uns sehen wir den Schatten, schau mal. Wir geben natürlich jetzt auch ziemlich Gas. Flughöhe knapp fünf Kilometer bereits. Jo, und jetzt würde ich aber sagen... Und wir haben immer noch diesen dämlichen Chat da wieder drin. Den möchte ich eigentlich nicht haben. Wir gehen jetzt in den Orbit. Einmal aufwärts. Ja, man merkt das natürlich auch, wenn man das Schiff neigt. Und das ist natürlich schon sehr träge reagiert, um mal schon ein bisschen weiter weg zu gehen, um dann mal eine etwas andere Perspektive zu gewinnen. Tja, so sieht das aus, wenn die 890 in den Orbit aufsteigt. Also, wenn man jetzt böse ist, dann würde man sagen, sie erinnert doch ein bisschen an Bügeleisen. Aber wir sind ja nicht böse. Ein kolossaler Schiff, ganz klar. Aber guck mal, hier kann man sogar reinsehen. Man sieht es, die Treppe, das Atrium. Mal richtig reinschauen. Jo, okay. Und was ich jetzt noch vorhabe... So, wir düsen also jetzt runter irgendwo hin. Was wir jetzt mal machen, ist, wir werden jetzt einfach mal irgendeinen Punkt anvisieren. Nehmen wir mal hier den hier. Ach was, wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir simulieren jetzt mal die Situation. Das nehmen wir mal an. Wir haben ja immer noch unser Schiff an Bord. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob das alles so funktioniert. Im Idealfall. Wir sind jetzt bereits im Orbit. Um Waller. Und werden jetzt mal kräftig auf die Bremse treten. Ja, da habe ich mein Freund. Ich habe auch ganz schön auf die Bremse getreten. Ist er schon am überhitzen. Das war ja wieder klar. Dann wollen wir es mal auf eine andere Weise machen. Ich habe das Gefühl, oder habe für mich festgestellt, dass das dem überhitzenden Triebwerke ganz gut entgegen wird. Wenn man einfach den Drift nutzt und einfach die Nase umschwenkt, auf Gegenschub geht und dann kann man sogar den Booster aktivieren. Und bremst eigentlich viel effizienter ab, als wenn man die sogenannte Weltraumbremse verwendet. So, wir sind jetzt fast bei Null. So, da sind wir jetzt. Und jetzt machen wir eins. Wir machen die Triebwerke aus. Und steigen aus. So, wir sind also jetzt sozusagen im Orbit über Waller. Verlassen die Brücke. Kapitän verlässt die Brücke. Die übrigen Reisenden bekommen nichts mit. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder kurz orientieren. Wir wollen nämlich jetzt, äh, genau, einen der Lifte aufsuchen. Bitte auf. Und da gehen wir nämlich jetzt den speziellen Crow Lift in den Crow Lift. Und zwar jetzt runter in den Hangar. Äh, nicht das Bad, da sind wir doch schon. Hangar. So. Einmal abwärts, bitte. Und da geht's raus. Muss ich mal eben wieder kurz überlegen. Ich glaube zum... Hangar... Nee, das Cargo. Also zum Hangar geht's hierher. Und da steht ja immer noch unser Origin. Und wenn jetzt alles gut geht... ...werden wir jetzt mit der Origin einfach die 890 Jump sozusagen zurücklassen. Äh, ich denke mal hier mit... Open Hangar Doors. Das hat doch was. Schau mal, da steht unser kleines Beiboot sozusagen. Und... Wir sind im All. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit dem... Wo war denn jetzt das Terminal zum... Ah ja, das müsste das hier vorne sein, denke ich mal. Ja. Und jetzt wollen wir mal... Go Up. Ob das Schiff jetzt mit uns mitkommt. Beim Herablassen hat er ja so ein bisschen zögerlich reagiert. Ich brauche noch ein bisschen. Aha. Okay. Okay, ein bisschen ein. Oh, 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 oh. Uiuiuiuiuiui. Es funkt. Oh, 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 oh. Ich glaube... Das ist unser... Unser Beiboot aber nicht gut bekommen. Diese Aktion. Es steht noch da, aber ich hoffe mal, dass es mir nicht um die Ohren fliegt, wenn ich es jetzt betrete. So. So. Einmal rein. Crossfingers. Sieht ja noch relativ heil aus, alles hier. Flare, countermeasure, active. Countermeasure, active. Kann übrigens auch noch jemanden mitnehmen. Hoppla. Sie war ja noch an. Hatte ich ganz vergessen. Engines on. So. Die Engines sind on. Jetzt sieht das ja alles ganz gut aus. Obwohl es... Na gut, wir versuchen es mal. Aha. Aha. So. Und wir sind im All, haben also den Planeten, äh den Mond verlassen. Mit unserem großen Luxus Dampfer. Und unsere schicke kleine 85X. Diät uns jetzt sozusagen als, ja, nennen wir es mal Rettungsboot. Oder einfach nur, um die Aussicht mal auf sportliche Weise zu genießen. So. Und hier haben wir also unser Mutterschiff sozusagen. Mit dem wir den Mond verlassen haben. Das hat doch letztendlich gut geklappt. Ich frage mich jetzt, ob das Schiff, äh, durch das Erraufen und Herablassen mit dem Cargo Lift, äh, mit dem Hangarlift Schaden genommen hat. Und ich sehe jetzt momentan nichts Dramatisches. Vielleicht war das auch einfach nur ein theatralischer Effekt. So, dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch einen kleinen Vorbeiflug. Und dann war's das mit diesem kleinen Special zur 890 Jump. Beziehungsweise diesen kleinen Glitzer der 85X. Die sich offenbar ganz gut als Bayern gut eignet. Adios und see you in the worst.